Herzlich willkommen zum Video mit dem Thema IG und ICH am Wortende. Dieses Video zeigt dir, wie IG und ICH am Wortende ausgesprochen werden und was passiert, wenn man die Wörter dekliniert bzw. verändert. Fangen wir an. IG und ICH werden am Wortende gleich ausgesprochen. König, langweilig, zwanzig, billig, stich, freundlich, südlich, ehrlich Aber wenn die Wörter auf IG verändert werden, wird das G auch wie ein G ausgesprochen. Zum Beispiel Endet das Wort jedoch auf ICH, dann bleibt die Aussprache erhalten. Zum Beispiel Stich Ich habe zwei Mückenstiche Freundlich Er ist ein freundlicher Mensch Südlich London liegt südlicher als Berlin Ehrlich Bitte gib mir eine ehrliche Antwort Und damit sind wir bereits am Ende des Videos angelangt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal! Ich bin nicht nur ein wie ein Stich Es wäre ein sehr, sehr gerne ein Hast Im nicht stich Ich bin polling Die und ich bin nicht nur ein Schmerz ausgerüstet Untertitelung des ZDF, 2020